Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind die Thunderlords von Leslie dran. Ihr könnt sie vergleichen wie mit den Knatterbällen. Sie haben 15 Gramm NEN wie jeweils. Sind unten mit Tonerde verfropft, sag ich jetzt mal. Da ist ein kleiner Feuertopf, soll aber so ähnlich sein wie die Crackling Bälle. Preislich aber günstiger wie Crackling Bälle. Wir haben hier 40 Stück in der Packung. Die Packung kostet zwischen 20 und 30 Euro. Je nachdem wo ihr kauft. Also eine günstige Alternative. So Freunde, jetzt im Test die Thunderlords. Wie gesagt, 40 Stück in der Packung, 25 Euro. Ich finde die super Preis-Leistung. Kein Plastik, wenn man hier die Dinger sieht. Also das sind jetzt sozusagen die neuen Crackling Bälle. Habe ich euch denke ich mal schon vorgestellt. Hier haben wir schon einen Dreier vorbereitet. Mal gucken, ob das funktioniert. So, ich möchte mal sagen, es sind mal erstmal drei einzelne. Vielleicht gehen ja die anderen gleich mit an. Och, ich bin unscharf. Wie hät denn sowas? So, gut. Dann würde ich sagen, der erste, der letzte. Ich muss sagen, die sind eigentlich ganz gut. Dadurch, dass auch ein bisschen Wind ist, eigentlich drückt das ja so ein bisschen runter. So, jetzt muss ich mal gucken, ob der so scharf stellt hier. Die Kamera macht mich halt wahnsinnig. Alter, ich stand mittendrin. Ich sehe nichts mehr. Ja, also ich finde die Dinger krass. Der ist unten aufgeploppt. Okay, so. Den dritten noch. Ich bin da direkt. Ja, also ich finde sie geil. Und für den Preis kann man doch eigentlich nicht verkehrt machen. Im Grunde genommen kostet ein so ein Topf, wenn man es hochrechnet, 50 Cent, oder? Ich bin jetzt verkehrt. Ich glaube 50 Cent. So, versuchen wir mal drei mit einmal. Ja, ich würde mal sagen, tolle Teile. Wenn ihr sie irgendwo bekommt, holt sie euch. Ich kann sie euch wärmstens empfehlen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.